hallo meine freunde der sonne das immer wieder und weiter geht's mit einer wunderschönen runde league of legends was für ein pony wunderschön macht die hier weh ist die sena macht die aus aus ihrer waffe okay die hat die hat echt langweilig die alte na gut alles klar der startet solo alles in ordnung kann er machen soja wieder gucken wird mir ja wieder schon dabei wird mir wieder angezeigt gut ich komme damit immer noch nicht so wirklich zurecht also ich finde das war ganz cool gemacht aber ja es gibt das gewährte abfallendes lauftempo ja okay haki cloud der kaiserschmorn auserwählte der sonne ihr seid ausgewählt für die sonne als ob als ob ja okay damit hätte man halt rechnen müssen dass die hier weil wir so rein gepusht haben dass schark und natürlich direkt kommt war jetzt ein bisschen doof sehr gut das war ein bisschen voreilig von mir deshalb trinken wir jetzt bier ich brauche unbedingt meine ehe zum beispiel jetzt und ich verkack halt schon schon wieder mann das kann doch nicht wahr sein was ist das was ist das für ein damage das ist halt schon wieder so lächerlich ne das ist halt so absolut lächerlich zu zu vor zu 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 Das Problem ist, Botlane ist an sich verloren. Wir können Botlane jetzt nichts mehr machen. Die haben ja First Kill noch bekommen zusätzlich. Die haben erstmal Cash. Ja, ich kriege mal wenigstens eine Towerplatte. Na gut, immerhin. Ne, hier gehe ich nicht hin. Alles klar, ich gehe schon wieder. Ja, obwohl ich bleibe, glaube ich. Ja gut, ich bleibe doch noch auf der Lehm. Ein Viertel müsste jetzt mal kommen. Ein Viertel wäre gar nicht mal schlecht. Was ist denn das für ein Item? Sonnenköcher. Ich würde gerne mal ganz kurz das Item durchlesen wollen. Aber ich traue mich nicht. Ich würde gerne mal ganz kurz. in die presse alter nur hier mit hunderten mann hier unten feiten er wie traurig ist das bitteschön dass wir überhaupt was hinbekommen eigentlich nicht so schön aber irgendwie irgendwie auch doch auf die lehnen um entzünden einzusetzen das problem ist wir haben auf unserer lehnen kein kill bekommen leider das ist nicht so doll da aber bald schon level 5 ich bin nur level 4 stimmt stimmt das ist eigentlich gar nicht so stimmt das ist mir gar nicht aufgefallen siehst immer full ad das ist nicht schlecht ja war klar jetzt werde ich mal ganz kurz hier ich habe irgendwie angst dass charlotte von hinten kommen ich traue mich halt überhaupt nicht war aber kein schlechter move ja 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 Oh, Alter, Fiddle. Respekt, wer es selber macht. Aber noch nie mal ein dummer Move von denen. Ich hätte noch nie mal gedacht, dass er das jetzt mit dem Move hinbekommen. Muss ich ja mal ganz ehrlich sein. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wir haben, ähm, First Tower. Das ist der Botlin. Wenn wir mal ein bisschen mehr Damage machen würden, Alter, krass. Kunde, los. Was ist das für ein Damage? Heute noch oder morgen erst? Alter, hallo. So, nice, nice. Immerhin, immerhin First Tower. Und wir können auf Full Russi gehen. Das ist sehr gut. Gibt natürlich, ich sehe gerade, das gibt gar nicht Full Russi, ne? Egal. 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 Ja, guck mal, so schnell hat man die Botlane dann doch wieder für sich. Einfach dunkel geworden. Ja, das Problem ist, wir kriegen auf unserer Lehne keine Kills, ne? Das ist halt scheiße. Wir brauchen langsam mal auf unserer Lehne. So Ainsway Kills. So, was kann das jetzt? Angriffsschaden, Angriffstempo und... Füge was? Präzision. Fügt einen irgendwas Schaden zu. Okay, 20 normal, okay. Haha, die Idioten. Sehr schön gespielt, meine Freunde in der Sonne. der maschago wird gleich wiederkommen warte mal wo ist ja nicht dass du noch mal rein willst tut mir so wie wunderbar 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 wir können den berg trache mal holen da vielleicht gar nicht mal so doof mal uns im berg trache jetzt muss necken was war denn das für ein move gut war gut er hat immerhin getreut wir sind natürlich jetzt ein bisschen auf darius aufpassen so ich habe kein mal mehr ich werde mal kurz weg gehen meine freundin der sonne ich möchte wieder mana holen und gibt es moment es gibt es noch die schuhe wo man richtig bekommt das wäre jetzt eigentlich am sinnvollsten nur kurz gucken ne ne rüstung ja hier ja gut ok immer die starke beschlagene stahlkappen ja da waren gerade einige auf der top lane ja 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 wir versuchen zu kommen schade ja die können halt nichts mehr machen wenn wir wenn wir ähm russi haben ne dann wird es für die dann schon langsam ein bisschen blöder wenn wir da mal bitte an wenn talon zuschlägt du bist du wie sie nicht wissen wieso zwei minuten haben wir noch zeit für den weg und das ist Ah, das war doof von mir. Ich habe zu spät meine Uldi eingesetzt. Ich dachte, ich dachte, ein Viertel ist One-Hit. Dass er dann doch noch so viel Damage rausholt. Ja, gut. Damit kann man ja nie rechnen. Wenn man die gute Mathe war. Ich war aber gut in Mathe. So. Hauen wir erstmal die Schuhe, würde ich sagen. Dann holen wir uns das und holen uns schon mal einen Pinky. Weil die Sonne immer wieder aufgeht. Genau deshalb machen wir das. Und 33 Sekunden. Ja, ich schaffe nicht mal. Oh, krass. Gegenteam hat aufgegeben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video bis dahin. Haut rein und tschüss. Endlich mal wieder gewonnen. Hey.